Also nicht mit dem Sperr zusammen. Ne, äh, ooooh. Ups. Was ist das denn? Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge ARK. Wir bauen heute mal weiter an unserem Holzhaus und hoffen mal, dass wir irgendwann damit fertig werden. Viel Spaß! Hä? Was? Ne, schon, ich hab ein bisschen überlegt. Ach, ein Holzdach hätte ich noch gebraucht. Oh. Holzdach. Ich hab natürlich jetzt keine EP mehr für. Ah, das wird gleich wieder. Ich würd' gerne mal so einen Schleuder herstellen. Wo hab ich die denn da? Leder. Hast du noch Leder? Na, muss ich gucken. Obwohl, der Basis haben wir wahrscheinlich noch Leder, oder? Äh, ich seh's grad nicht. Ich seh grad kein Leder. Okay. So, wo soll ich denn anfangen zu pflanzen? Direkt am Wasser? Ja klar. Musst du bestimmt noch bewässern und so, oder? Ja, das könnte gut möglich sein. Wasser null. Nicht bewässern. Wie sie bewässern? Vielleicht kannst du nachher so eine Wasserleitung... Bestimmt mit dem Wasserschlauch, oder? Trink es und spuck es da drauf. Ich hab jetzt so einen Wasserschlauch eingelegt. Keine Ahnung. Da reingelegt? Dünger und Wasser. Hast du noch die Kaka? Ne, die Kaka hab ich nicht mehr. Aber ich muss bestimmt gleich mal einen loslassen hier. Aber warte, vielleicht hab ich noch verdürtes Fleisch. Hab ich tatsächlich. Oh, kann ich nicht benutzen dafür. Vielleicht kann man das Immerser... Ne, kann man wahrscheinlich nicht. Na, guck mal. Das nimmt auch Formen an. So, hier. Okay. Ist meine Axt da noch kaputt. Eieieiei. Ah, jetzt hat das was genutzt. Mit dem Wasserschlauch. Jetzt brauch ich noch Dünger. Ich halte die Ohren offen. Stell mich mal eben hier in unsere Strohhütte. Mach ich schlafen. Sag Bauchschnau. Das soll immer noch keiner. Aber ich konnte eben hier da aus, wo du bist. Ja, gut. Bestimmt. Dodo. So, noch zwei Wänden. Welch. Okay. Was. Dann hab mich wieder. Das ist auch schon vor. Alright. So, noch eine Begriffe. Oh, ich habe ihn. Oh, ich hab mich noch für den Film. Oh, ich habe eine sage. Oh, ich habe mich noch nicht mehr für die Welt. So Wie bekomm ich den jetzt gedüngt? Einfach hier rein Ziehen wahrscheinlich Okay Ah Die ersten Bären Weckst da was? Ja Oh, ich hatte Durste Ich denke schon die ganze Zeit, warum schreit der so? Ich sehe nichts wachsen Nicht? Nee, da ist auch nichts mehr drin Karottensamen Geht nicht Hier ist auch so ein kleines Pflänzchen drin, das wird immer größer Sehe ich nicht Bei mir Ach da Setzling Ich kann es lesen, aber Treibhauseffekt, aha Kannst wahrscheinlich noch irgendwas drüberziehen Ja Ich glaube, da brauchen wir noch mehr von, ne? Kann man die Kisten nicht hier Ich bin so langsam Es ist alles so schwer Weg hier, ich komme Hier einfach so Was brauchst du denn noch? Holz Brauchst du noch irgendwas? Ähm, ich möchte einfach nur ne Kiste haben Einfach nur ne Kiste Ich stelle gerade eine her Ach, ist die kaputt gegangen? Ja, ich hatte die abgerissen Ich wollte gucken, ob ich die aufnehmen kann Das hat leider nicht geklappt Genau das Das waren jetzt die restlichen Sachen, die du da hast Was? Sind das die restlichen Sachen, die du da jetzt hast? Weiß ich nicht, die Steine habe ich jetzt Unter der Treppe schlafen So Na, siehste Was ist mit den Sachen, die hier liegen? Sag mal, was hast du da für ne Kiste gemacht? Kiste? Warum? Die ganzen Bären, die da vorliegen, oder was? Ja ist Da geht sie dahin, die Hütte. Die gute Anfangshütte. Kannst du noch eine Kiste hinsetzen? Ich kann keine herstellen, glaube ich. Also ich habe es noch nie gelernt. Was kannst du nicht herstellen? Eine Kiste? Ich kann keine Kisten herstellen, weil ich keine gelernt habe. Äh, ja. Ich muss noch gucken, was ich brauche. Ich bräuchte noch ein bisschen Holz von dir. Ja, ein bisschen habe ich noch. Glaube ich. Hier. Wo? Ja. Ich habe noch ein paar Fasern reingeschmissen. Da ist die Kiste. So. So. So, wir sollen den hier mal legen. Stufe 4. Statt ja. Obwohl, der hat ja, glaube ich, gerade einen hingelegt, oder? Was? Dachte ich jetzt. Komm. Was denn? Wir legen den mal. Den hier? Ja. Oh, der rennt voll schnell weg. Oh, mein Speer ist, äh... Oh! Er hat sich in Luft aufgelöst. Anni da. Ist er tot? Ja. 15 Leder. Und ich habe noch eins abgestaubt. Warum kackt die eigentlich nicht? Ich brauche Wände, Holzwände. Regnet es jetzt? Ja. Ist aber so laut. Oh, das ist ja super. Unsere Beete werden bewässert. Ah, cool. Aber die sind nicht gedüngt. Wir brauchen viel mehr Dünger. Das ärgert mich. Stünger hier. Sturm und Faser. Wir haben ja auch keinen Dumpf vom Kopf. Ah, Level Updates. Äh, Gewicht. Narkosemittel. Pinsel. Will ich auf jeden Fall. Ich habe den hier hingelegt, ja? Ja. Er müsste dir ins Auge fallen. Okay. Ich hätte doch eben auch was anderes noch gesehen. Okay. Ich hätte doch eben auch was anderes noch gesehen. Ich hätte jetzt Zement herstellen. Zement? Was ist hier bloß? Ja. Ich baue ich dafür. So, kann ich wahrscheinlich hier... Keratin und Stein. Hab ich Keratin? Schietin? Keratin? Zinnpulver kann man... Äh, Schießpulver kann ich auch herstellen. Ah, okay. Ich gehe mal gucken. Ich komme. Musst du mal, wenn du noch Stroh oder irgendwas dabei hast, mal reintun. Dann kann das andere noch mal braten. Oder ist echt noch einiges drin. Ich weiß, dass ich echt schon seit Stunden hier nicht mehr gepupst habe. Du isst einfach nix. Ich isst die ganze Zeit, aber... Ich bin eine Frau. Frauen pupsen nicht. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Oh. Ich habe hier, glaube ich, gerade wieder ein Ei hingelegt. Hier vor der Tür. Wenn wir jetzt diesen Riesenköttel von dem Brontosaurier hätten. Ja, ich glaube, ich gehe da mal hin. Ach nee, ich komme nicht so weit. Ich kann ihn nicht aufnehmen. Oh, viel zu wenig. Ja, mehr war nicht drin. Mehr war nicht drin. Ah, das missfällt mir. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal so ein kleines erstes Stockwerk. Ist noch nicht ganz fertig, aber es macht sich. Wow. Halt das mal vor dich. Aber kann man nicht mit, weiß ich nicht wie. Jetzt, genau. Warte, ich hau mal dagegen, ja? Guck mal, ob du Schaden nimmst. Mach's einen kaputt. Soll ich kaputt machen? Nein, du machst das hier einfach direkt kaputt, sage ich. Nein, das kannst du doch reparieren. Ist hier was passiert? Nee, ne? Nein. Cool. Warte mal, warte mal. Jetzt mit dem Speer. Das kann ich nicht benutzen. Also nicht mit dem Speer zusammen. Nee, äh. Oh. Ups. Was ist das denn? Ups. Du brauchst da was im Bein stecken. Ich zieh auf dich. Kann man den eigentlich wieder nehmen, irgendwie? Halt das Schild vor dich. Halt den Schild vor dir. Boah. Nicht schlecht. Gar keinen Schaden genommen. Ich hätte mich eigentlich verspießen müssen, wie du siehst. Ja. Hat es aber nicht. Nee, ich hab keinen Schaden genommen. Cool. Aber ich hab trotzdem ein Speer im Bein. Das schildert jetzt aber auch nicht so mega viel Schaden genommen. Okay, Samen. Ich wollte noch was anpflanzen. Weil irgendetwas hier irgendwie funktioniert. Äh. Machen wir mal Zitrone. Ich mach hier ne Feuerstelle rein, ja? Ja, okay. So ein Kochtopf? Ja. Ich mach den oben in ersten Stock. Oh, das geht wohl nicht. Oh, das kann ich da nicht anpflanzen. Okay. Oh, guck mal hier. Ui. Hm? Der Kochtopf. Wo ist er? Oben. Ah, oben. Okay. Guck mal, ob die Tinto-Bären jetzt hier wachsen. Ach, da war noch ein Kackhäufchen. Also bis jetzt noch nur so klar gesprungen. Ja, das soll's heute gewesen sein. Wir versuchen in der nächsten Folge mal einen von diesen Dinosauriern zu fangen und zu zähmen. Hoffentlich klappt das soweit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.